Hallo und herzlich willkommen an den Monikuchen da draußen. Ich bin Crack Snake. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil es so lange keine Let's Placement von mir gab. Das soll sich jetzt aber ändern. Versprochen. Zumindest diese Woche. Gut, ich bin noch gequasselt. Sechstes Kapitel. Huhn mit Knarre. Los geht das. Airfield Escape! Oh. Da oben. Sch-sch-sch-sch. Punkt. Ich komme da nicht hoch, nee. Gut. Hm. Ein Pinguin muss pinkeln im Regen. Und das nehme ich doch glatt. Na, nimm's. Nimm die Munition. Sehr gut. So. Das ist jetzt total der doofe Plan, aber ich werde jetzt mal was Verrücktes machen. Ich werde einfach wegrennen. Ne, das ist Gesundheit. Die kann man immer brauchen. Und da drüben noch. Oha, 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 oha. Von allen Seiten. Und wer, und wer, und wer, und wer, und wer. Was ist denn du los? Warum bin ich tot? Was soll das? Das mache ich nochmal. Das ist ja ganz großer Käsekack hier. Wann trigger ich die Gegner denn? Wahrscheinlich, wenn ich in die andere Seite reinspringe, ha? Schlunk. Ja, jetzt haben sie mich nämlich nicht gesehen. Die Doofköppe. Muahaha. Na gut. Hilft jetzt aber auch nicht so richtig. Also, Arschbacken zusammen und durch da. Nummer 1. Oha. Oha. So. So. Gesundheit ist leider nicht so gut, als dass ich hier noch irgendwas, äh... Ich brauche noch eine rote Keycard. Okay. Dass ich hier noch irgendwas reißen könnte. So. So. Und... Daher versuche ich einfach mal unauffällig übers Flugfeld zu einem Medipack zu kommen. So. Das hat sich ja voll gelohnt. Das Medipack ist schon wieder aufgebraucht. Nichtsdestotrotz zwei Pinguine weniger. Oder auch mehr. Zack. Zack, tüldü. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Nein? Gut so. Ach, das ist jetzt aber ein bisschen ärgerlich. Um nicht zu sagen, ein wenig frustrierend. Gut, mal schauen, wo es weitergeht. Da geht's weiter. Ja, so wird ein Schuh draus. Hurra! Nee, ist ja ein amerikanischer Held. Also eher... Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, und den ganzen Weg wieder zurückgeäumelt. Ich werde jetzt die Hauptstellung nicht mehr verlassen. Das ist mir zu gruselig auf diesem Spielfeld. So. Den habe ich gekriegt. Ist nichts wie hoch. Runter. Karte rein. Karte. Das ist die blöde Karte. Jetzt wieder Kugel rollen. Was zum... Was zum Geier? Passiert hier denn? Ha! Dachtest du, du wachst einen Keller. Was ist in dieser Kiste? Es ist wieder nur irgendeine Kiste. Ich weiß. Ich kann sogar im Rollen Kisten mitnehmen. Yay! Und runter und drüber. Und hoch. Nicht hoch? Doch, hoch. Ich habe doch schließlich kein schwächliches Küken hier. Ganz zu nehmendes Killerhuhn. Ja, nee. Hast du nicht. Das ist eine Einbildung. Du bist ein Pinguin. Ja! Mach ich glatt! Ja, nun hör auf zu quatschen Oh, Zwischensequenz Oh, Zwischensequenz Hmm Oh, Zwischensequenz So ist unser Huhn also zum Huhn geworden Großartig Ich muss dir gestehen, was auch immer es für ein Vogel ist, seine Art zu sprechen ist furchtbar So, neues Kapitel heißt Ende des Let's Plays Ich wünsche euch eine schöne Zeit Zockt viel, zockt schön Bis zum nächsten Mal Und Tschüss Bis zum nächsten Mal